Hiho und willkommen zurück meine lieben Burgbau- und Burgverteidigungsfreunde zu CastleStory, dem großen Planierunternehmen. Ja, weil wir halt immer noch groß dabei sind. Hier alles irgendwie zu planieren. Wir sind aber hier fast fertig dann. Gut, sollen sie weiter warten? Auch wenn es mir lieb, wäre, wenn sie hier auch mal auffüllen würden. Hier sind die Jungs auch fleißig bei der Arbeit. Neben nur teilweise die komischsten Wege. Das gibt sich vielleicht dann später irgendwann. Also spätestens dann, wenn sie nur noch über die Leiter können, werden sie hoffentlich den direkten Weg nehmen. Immer so hier hoch, hier rüber und dann da die Treppe runter. Ich meine die Treppe, nicht Leiter. So, dann können wir hier mal ein bisschen... Nein, in die Breite gehen. Immer schön, wenn es laggt. Eigentlich nicht. So, dass wir die Ecke dann noch voll kriegen irgendwann. Vielleicht füllst du ja hier auf. Nö. Da kommt eine andere vielleicht. Und ja, ich habe gerade wieder keine Lust, hinter denen herzuräumen. Deswegen lasse ich sie einfach mal machen. Soll doch der Stein zur Hölle gehen. Wir haben eh noch mehr als genug hier zum Abtragen. Das heißt, das wird sich eine ganze Weile jetzt nicht ändern, also unsere großen Fellunternehmungen und Auffüllungen mit Holz. Das hat sich jetzt erledigt. So weit sind wir schon drüber. So, dann füllt mal den Rest hier auf und dann sind wir hier fertig. So weit ist es. So weit ist es. So weit ist es. So weit ist es. Film mir dann auf. Wer zu heute bist du? Ach du bist vom Fretten. Okay. 14 Blöcke noch. Wie könnte das 14 sein? Ich zähle... Achso, die zählen da auch noch mit. Jetzt sind es noch 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 10, 11, ja okay. Jetzt ist es noch 7. 1, 2, 3, 4, 3, 7, 5, 6. Jetzt ist es noch 6. Das sind das Dieter. So, das heißt alle wandern jetzt mal hier hin. Okay, das sieht toll aus, was ihr da fabriziert, Jungs. Ganz ehrlich. Das hier sieht schon langsam aus wie ein Schweizer Käse. Ihr habt auch schon hier unten wieder was weggehauen, oder? Nö. Du haust jetzt hier unten gleich was weg, oder? Nee, du gehst einfach nur. Gut. Wie gesagt, sobald die Ebene weg ist und sie nur noch die Treppe, hoffe ich mal, dass sie dann den direkten Weg nehmen. Gut. Gut. Untertitelung des ZDF, 2020 Die ZDF, 2020 Die ZDF, 2020 Und ja, die nehmen hier die Rampe Die ZDF, 2020 Und ja, das Zieht jetzt hier einen Haufen Steine raus, weil Der Weg ist sehr kurz bis dahin Und das ist auch schade, dass man hier keine Schrägen mehr einsetzen kann, einfach damit man hier einen sauberen Abschluss hat. Also ja, am Fletten hätten sie ein bisschen noch am Fletten und... Wie heißt das andere? Waze und Lower, ja, daran hätten sie noch ein bisschen was arbeiten können. Für dich persönlich. Hm, theoretisch kann ich jetzt schon... Was weiter in die Richtung ziehen. Komm, Hydra, räum hier mal auf. Wie gesagt, das ist jetzt die letzte Phase des... Ähm, ähm... Ähm... Wie gesagt, das ist jetzt noch die Möglichkeit, oben drüber Grünzeug zu pflanzen. So wie es hier ist, aber... Geht nicht. Noch können sie hier runter. Oh, guckt euch wieder dieses schöne Muster an. Vor allem mit den Huppeln, da sieht das jetzt noch geiler aus. Was? 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020